Ist das 1000 Euro Steak beim Nusret wirklich so gut? Absolut. Die Menschen reagieren ja unterschiedlich drauf, wenn man das postet, dass man beim Nusret war. Aber ich war dort in Dubai und vor allem in Mykonos, war es einfach nur genial. Natürlich ist das Steak, was auf deinem Teller landet, nicht 1000 Euro wert. Aber insgesamt ist der Abend einfach sehr, sehr magisch und die erinnern mich da sehr, sehr gern zurück. Und vor allem, wenn du das Glück hast, dass der Chef selbst im Haus ist, dann ist es das absolut wert. Und man soll sich das schon hin und wieder gönnen, um zu sehen, was exzellente Arbeit und ein geiler Abend ist.